Hi, ich bin Jan, ich bin Elektroniker bei der Firma DIRX. Wir machen heute die Elektroinstallation von der Steckdose bis hin zum Speichern. Unsere Baustellenkommunikation, die läuft komplett digital ab. Wir können mit unseren Apps zeitgleich, während wir an der Baustelle sind, mit den Bauleitern oder dem Büro uns verbinden und dementsprechend neue Sachen besprechen. Wenn du Teil unseres Teams werden willst, dann bewirb dich jetzt!